Herzlich Willkommen im Zug von DB Regio Schleswig-Holstein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, denken Sie bitte daran, dass in unserem Zug, an den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht. Bitte achten Sie auf die allgemeinen Hygieneregeln. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf www.bahn.de. Beachten Sie bitte eventuelle ergänzende Regeln aus den geltenden Verordnungen des Bundeslandes, in dem Sie gerade unterwegs sind. Nächster Halt. Bad St. Peter Süd. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt. Tating. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Nächster Halt. Sandwehle. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt Haltewunsch-Taste betätigen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Nächster Halt. Garding. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Nächster Halt. Katharinenherd. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Nächster Halt. Karting. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt Haltewunsch-Taste betätigen. Nächster Halt. Tönning. Nächster Halt. Hableck. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt Haltewunsch-Taste betätigen. Nächster Halt. Witzwort. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt Haltewunsch-Taste betätigen. Nächster Halt. Husum. Für Informationen zu Ihren Anschlusszügen beachten Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio Schleswig-Holstein. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020